Größer, schwerer, weiter. Mit dem brandneuen 800 mH stößt Atlas Maschinen in neue Größendimensionen im Umschlagbereich vor. Mit dem 80 Tonnen Material Händler will der Maschinenbauer aus Norddeutschland vor allem im Hafenumschlag punkten. Wir von der Atlas Maschinen GmbH haben unsere Produktpalette auf 80 Tonnen erweitert, haben uns sehr viel Gedanken gemacht, wie wir auch Schiffsmärkte abarbeiten können. Diese Maschine ist sehr speziell auf Schiffsentladung fixiert, hat eine abfahrbare Kabine, sodass auch das Begehen der Kabine sicherer gemacht wird. Das Hydrauliksystem ist nochmal überarbeitet worden. Der Hauptsteuerblock wird jetzt von uns elektronisch angesteuert. Das hat für den Fahrer zum Vorteil, dass er viel flexibler eingestellt werden kann. Der Fahrer kann sich während der Arbeit die Maschine feinfühliger, aggressiver, schneller, langsamer machen und der Steuerblock wird dadurch viel schneller angesteuert. Wir haben ein komplett neues Konzept aufgebaut, wie man die Pratzen abstützen kann, haben die Abstützzylinder viel senkrechter angeordnet, sodass die Maschine viel viel sicherer steht. Bauforum 24 TV Konstruktion in Motion